Wie eine Begründung. Ich habe vor allem den Spaß, also vor allem das, dass es sich gut da fühlt, dass ich merke, wenn ich das mache, das macht dann Sinn. Ich tanze eigentlich schon, als ich ein kleines Kind bin. Das erste Mal, dass ich das beruflich mache, habe ich schon nach der Matura, weil ich dann halt entscheiden habe, was ich tun will. Ich habe mich beworben bei der Tanzpädagogikabteilung vom Konservatorium. Dort war dann die Entscheidung auch klar. Nach fünf Jahren, als ich in Wien geschafft habe, habe ich auch immer in Feuerberg Sachen gemacht, damit die Verbindung nicht abbricht, damit ich weiß, was passiert in Feuerberg, was braucht Feuerberg und was sind die Themen, was bearbeitet Gehirn. Mein Gefühl ist schon, dass es Platz gibt für zeitgenössischen Tanz und gerade da, was passieren kann. Die Entscheidung, wenn ich nach Feuerberg gekommen bin, ist schon lange in meinem Kopf gewesen und eigentlich wollte ich relativ schnell nach dem Studium, aber es hat einfach noch nicht gepasst. Und jetzt, aber 2015, war für mich aus privater Gründe, aber auch aus dem Verlangen nach dem See, nach dem auch was, also das, was die Natur gibt, auch was auch die Familie anbelangt, dass man einfach da sein kann und das Wusstsein kann, was Feuerberg so bietet. Und genauso auch das, was ich für mich mitgenommen und für Wien, das, was ich gesehen habe, mitzubringen auf Feuerberg und da irgendwie mit dem Tanz was zu machen. Wenn ich gerade angefangen habe, habe ich gleich ein Stipendium gekriegt, ein Staatsstipendium. Und das war für mich am Anfang brutal wichtig, auch irgendwie die Motivation zu kriegen und die Bestätigung zu machen, okay, das ist schon was Sinnvolles, was du machst. Und irgendwie so in einem Jahr ist es immer leichter geworden, zum Engagement zu kommen. Die Grundeinnahmen sind sicher, von der Pfadenstatt, wie ich selber mache. Ohne jetzt zahlen zu, wenn jemand normal arbeitet, kann man es natürlich nicht verglichen. Aber ich bin bis jetzt auch nichts anderes geworden und ich lebe mit weniger Lärm und dafür, dass man auch kann, was mir Spaß macht und wo ich weiß, dass es Sinn macht. Die Grundproblematik war ganz lang so, ob meine Craziness und meine Vielfalt Platz da hat. Das Neue, das Fremde, zeitgenössische Tanz. Die Erfahrung mit dem ist eigentlich voll gut, weil es eine große Unterstützung gibt, und das Tanz passiert, weil es einfach viele Räume gibt, die bespielt werden können. Viele Offenheit und ich habe wirklich viele Leute kennengelernt, die frisch neu zum Tanzzuschuss gekommen sind. Und dann hat er halt weinend zu mir hergekommen und dann sagen, hey, danke, dass du das machst. Ich habe gewusst, dass meine Familie, dass meine Freunde eigentlich alle hinter dem stehen, was ich mache, egal in welche Richtung es ist. Und da habe ich nie irgendwie eine Einschränkung gehabt in meinem Denken oder Empfinden oder Tum. Das war für mich klar. Wenn ich für mich begründen kann, warum ich jetzt zum Beispiel Tanz machen will, dann verstanden das die anderen. Und sie finden das vor allem auch gut, was sie machen. Also sie standen 100 Prozent hinter mir. Wenn ich das nicht hätte, weiß ich nicht, ob ich einen Beruf sehen könnte. Mein Ziel ist eigentlich, mit dem Publikum Erfahrung durchzumachen. Und egal, welche Thematik es behandelt, es braucht ein Gegenüber. Dass ein Austausch passiert, dass man etwas teilt, dass etwas innerlich ausgelöst wird, dass es einen bewegt im gröbsten Sinn. Ich arbeite vor allem in Projekten. Und das heißt, dass ich nicht weiß, was in drei Jahren passieren wird. Also darum ist mein Ziel immer so kleingefächert. Aber das größte Ziel ist eigentlich, dass ich mir selber treu bleiben kann. Und eigentlich weiß, dass es richtig ist. Wenn ich wieder anfange, neue Projekte zu planen, dann ist auch immer wieder die Sinnesfrage, okay, warum mache ich Tanz? Warum soll ich hier vor Lutheraner Staunen herumtanzen? Und was bringt das unter anderem? Also es macht für mich am meisten Sinn, in dem Bereich zu arbeiten, weil ich denke, das ist mein Platz. Die intensive und ehrliche Arbeit miteinander, das ist das, was mich am meisten bereichert vom Tanzen. Dass es eigentlich etwas ist, wo man so authentisch aufeinandertrifft, wie man im normalen Leben eigentlich nie aufeinandertrifft. Weil man sich da so anstellt und dem so eine Wichtigkeit gibt und so eine Zeit gibt, wie man so selten, finde ich, sich nimmt für das Gegenüber. Ob es jetzt mit Musik und Tanz oder ob es denn noch in der Recherche ist für ein Stück. Das ist der Bereich, wo ich jetzt echt dazugehört habe, dass eigentlich nicht mehr das Ziel, die Aufführung nicht so wichtig ist, sondern eigentlich das davor. Also wie das entsteht und ob das einen Sinn schon unter dem Entstehen macht. Also ich glaube schon, dass es, dass wir schaffen, was bewirken kann im Feuerberg und darum unterstützt wird. Und weil ich selber halt auch viele Verbindungen eingegangen und noch offen bin für Neues und noch gern was suchen will oder was finden will, was so wirklich nachhaltig was bringt vielleicht für Feuerberg oder für die Menschen in Feuerberg. Und darum denke ich schon, dass das jetzt Unterstützung braucht und sinngemäß ist. Das kann ich schon sehen. Mir ist wichtig, dass in Feuerberg einfach ein Austausch passiert, dass man ehrlich mit seiner Meinung anstauen kann. Und dass es im Längensinn kein Tabuthema gibt. Ja, ich glaube, das ist es. Aber... Und dass man halt echt zu seiner Meinung stehen kann und nicht irgendwie hinter einer Fassade versteckt bleibt. Beim Tanz ist es halt immer auf eine gewisse Weise nackt. Durch das, dass man sich eigentlich immer darstellt mit dem Körper und mit den Bildern, was ich habe, die ich halt dann offenlege durch ein Tanzstück. Also im Moment radere ich sehr mit dem Thema Anerkennung oder halt Wertschätzung oder was ist, wenn jemand etwas nicht mag oder etwas nicht verstehen kann. Aber es ist für mich immer die Frage, für wer nun ist das? Oder wer sieht mich da und wie sieht derjenige mich? Und im gleichen Moment ist es genauso, wenn jemand etwas Negatives daran sieht, dann ist das wieder ein Antrieb, um in eine gewisse Richtung weiterzugehen. Wenn ich so lange daran arbeite, bis es für mich einen Sinn macht. Darum kann ich am Schluss meistens sagen, das ist genau das, was ich jetzt zeigen will und ich kann dahinter stehen. Es gibt immer voller Einsatz und das heißt, ich bin auch immer sehr stolz, wenn es denn vom Fallen irgendwann mal eine Narbe gibt. Für mich persönlich sind, glaube ich, die größten Erfolge, sicher die eigenen Stücke in den Raum zu bringen und das Ganze drumherum mitzugestalten. Oder ich glaube, da werden dann wieder Festspiele eröffnet und dann auch Zeit. Das waren früher so meine Vorstellungen, was ich erreichen will. Und das ist irgendwie jetzt schon, okay, gut, jetzt kurz Nächstes. Ob es eher in die Organisation von Tanzfestivals oder irgendwas geht, wenn ich mich wirklich gar nicht mehr bewegen könnte. Aber ich möchte eigentlich so lange tanzen und so lange choreografieren und Künstlerwisch tätig sein, wie es geht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mit 80 auf einer Bühne stand. Also ich weiß, glaube ich, was ich kann. Und ich weiß, glaube, dass das, was ich jetzt gerade mache, mich gerade voll erfüllt. Und ich eigentlich sagen kann, hey, wie geil ist das, was wir da machen. Wie cool ist das, unser Beruf ist, das sehe ich jetzt gerade so oft. Und es bereichert mich und es ist ausfüllend und es macht Sinn. Und es stimmt so.